Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloche Studio Kanal. Heute reden wir immer über drei fixe Transfers, drei dicke, dicke Moves. Zwei dieser Moves sind gleich auch noch Transfers, die bis zu 100 Millionen kosten können. Und wir fangen mit der ersten Breaking News an. Wenn ihr es hier wahrscheinlich seht am Nachmittag, dann wisst ihr es wahrscheinlich eh schon alle. Und zwar Darwin Nunes wechselt von Benfica Lissabon zum FC Liverpool. 22-jähriger Uruguayer, Stürmer 1,87 groß und hat bei Benfica in der letzten Saison seinen großen, großen Durchbruch feiern können. 41 Spiele gehabt, 34 Tore, sechs davon unter anderem in der Champions League und vier Torvorlagen. Auf jeden Fall ein dicker Moves von Liverpool, gerade wenn man sich mal die Ablösesumme anguckt. 75 Millionen fixe Ablöse plus 25 Millionen Boni. Damit zusammen mit einem, den wir gleich auch noch besprechen werden, der Top-Transfer, was die reine Ablösesumme angeht, dieses aktuellen Transferfensters. Und ich muss sagen, damn, was ist das für ein Transfer. Denn wir hatten ja schon Manchester City, die sich Erling Haaland geholt haben. Das war ja immer die Problemstelle bei Man City, wo man gesagt hat, die brauchen endlich diesen absoluten Top-Stürmer. Den haben sie sich geholt. Und Liverpool antwortet mit Darwin Nunes. Es ist ein Transfer, wo man echt sagen muss, wow, Nunes hat natürlich seinen Durchbruch gefeiert, dass er jetzt bis zu 100 Mio einspielt. Das ist auch crazy so. Insgesamt muss man einfach sagen, macht Liverpool mit diesem Transfer sehr, sehr vieles richtig. Denn du musst irgendwie auf City antworten. Du musst irgendwie gucken, dass du diesen unglaublich qualitativen Kader, den Liverpool ja schon hat, aber der trotzdem am Ende knapp nicht ausgereicht hat, um City in der Premier League zu schlagen. Oder auch Real Madrid dann im Champions League-Finale. Musstest du trotzdem irgendwie nochmal verstärken. Und da gibt es ja nicht so viele Spiele auf dem Weltmarkt. Mit Nunes hast du da auf jeden Fall jemanden, wo du sagen kannst, ey, den kannst du im Sturmzentrum hinstellen. Und der ist anders, als es Firmino oder Jota auch mal gespielt hat oder Mané zeitweise dann auch keine hängende Spitze, sondern wirklich ein reiner Neuner. Und das hatte Liverpool die letzten Jahre eigentlich nie. Klar, Divock Origi, aber das war jetzt auch nicht der Top-Neuner. Das ist klar. Und den kriegst du jetzt endlich mit Nunes. Gleichzeitig muss man auch wirklich mal sagen, wenn man sich Citys Angriff mal anguckt, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling, vielleicht geht er ja, ne? Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, auch bei dem ist Fragezeichen, ob er bleibt oder nicht. Jack Grealish, jetzt noch Erling Haaland. Da denkst du einfach, wow. Du denkst einfach, wow. Wie wollt ihr bitte spielen? Das ist crazy. Und dann guckst du Liverpool jetzt an. Mané ist natürlich am Wackeln, vielleicht geht er zu Bayern, vielleicht nicht. Aber auch ohne Mané. Nunes jetzt neu dazugeholt. Mohamed Salah, Jota, Firmino und Diaz. Wow. Wow. Also die beiden Premier League Giganten haben nicht nur in der Spitze drei Wahnsinnsspieler, sondern auch noch mindestens zwei Backups dahinter, die einfach nur, die fast bei jedem anderen Verein Stamm spielen würden. Also was die Premier League Teams, gerade diese beiden Giganten, da vorne aufstellen können, in der Breite vor allen Dingen, sucht ihresgleichens. Das ist der absolute Wahnsinn. Wirklich brutal. Und ich freue mich auf dieses Duell Liverpool-Manchester City in der nächsten Saison. Das wird super interessant. Auch egal, ob Mané noch bei Liverpool geht, ob Jesus bei City geht. Das wird trotzdem so ein krasser Clash dieser beiden Giganten. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich bin gespannt, was Nunes zeigen kann. Wie bewertet ihr den Transfer? Gerne in die Kommentare. Und wir kommen zum zweiten Big-Transfer. Der ist jetzt schon seit ein, zwei, drei Tagen fix vermeldet worden. Und zwar Aurelien Chouameni. 22-jähriger Franzose. Spielt im zentral-defensiven Mittfeld oder im zentralen Mittfeld. Ebenfalls 1,87 groß. Witzigerweise alle Spieler, über die wir heute reden, sind 1,87 groß. Und Franzose hat in der letzten Saison 50 Spiele für Monaco gemacht. Klar, Stats sind hier nicht das Wichtigste, was Tor und Assist angeht. Mit fünf beziehungsweise drei Assists. Aber er hat in den erweiterten Statistiken, wenn man da mal nämlich raufguckt, ohne jetzt eine große Analyse zu machen. Aber ihr wisst es ja von mir. Ich mache ja auch ab und zu mal so Analyse-Videos. Die brauchen dann auch mal ein bisschen mehr Zeit. Ich habe da auch mal reingeguckt bei Chouameni so ein bisschen in die erweiterten Stats. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass er bei abgefangenen Bällen halt verglichen mit den anderen Top-5-Ligen weit, weit über dem Durchschnitt ist. Aber das ist einer seiner absoluten Stärken, wenn man das anguckt. Gewinnt sehr, sehr viele Kopfball-Duelle und ist auch unglaublich gut darin, in diesem Pressing, also in dem Druck auszüben, um letztendlich auch den Ball zu gewinnen. Also auch hier wirklich so ein kleiner Mittelfeld-Staubsauger, wie man es oft sagen kann, im Mittelfeld. Plus natürlich seine anderen Attribute, die er hat, die man rein vom Eye-Test dann natürlich sieht, wenn man ihn spielen sieht. Insgesamt hat auch Chouameni 80 Millionen fixe Ablöse gekostet. Damit sogar noch ein bisschen mehr als die fixe Ablösesumme von Nunes. 20 Millionen können da noch als Bonus dazukommen. Das heißt, wir haben gleich mal 200 Millionen Transfers und das ist relativ früh in der Transferphase. Und hier muss man sagen, Real Madrid ist das Top-Team, das den Umbruch am allerbesten von allen macht. Bayern hatte ja so in den letzten 2-3 Jahren so einen fließenden Umbruch, kann man sagen. Muss man aber ehrlich sagen, so richtig gut hingekriegt. Ja, okay, sie haben auch mal die Champions League gewonnen. Aber da sind viele Problembaustellen in Verteidigung und bla. Boateng, Hummels wirklich zu ersetzen. Und man hat auf jeden Fall mehr, ist da mehr am Strungeln. Barca-Juwe-Umbruch, zeitweise katastrophal, kann man nicht anders sagen. Viele andere große Teams in der Vergangenheit auch. Aber Real Madrid ist in einer Umbruchsphase die letzten Jahre und gewinnt trotzdem mal die Champions League, gewinnt trotzdem die Meisterschaft. Das ist also brutal, was die da machen. Und wie sie es vor allen Dingen hinkriegen. Sie haben schon vorne mit Rodrigo und Vinicius da schon zwei Außen perfekt positioniert. Denn Mbappé war der Plan für Benzema, hat nicht ganz geklappt. In der Innenverteilung hat man alles super hinbekommen. Das ist einfach der Wahnsinn, wie Real Madrid das macht. Und gebt euch das jetzt mal, ihr Mittelfeld. Mit Casemiro, Modric und Kroos, das so lange, ja wirklich so viele Titel holen konnte. Und einfach mal die Leute, die dahinter stehen sind. Und Valverde, Camavinga und jetzt Chormeni. Es ist der Wahnsinn, wie Real Madrid da an Qualität, an junger Qualität hinter diesen drei, ja Legenden kann man ja schon sagen, dieses legendäre Dreiermittelfeld. Wie sie da jetzt drei Megatalente am aufbauen sind. Und gerade ja auch Valverde konnte ja schon extrem viel zeigen. Es ist brutal, wie Real Madrid das macht. Klar, auch mit viel Geld dahinter, aber mit einer unglaublich schlauen Transferstrategie. Und ich freue mich schon, wenn Camavinga, Chormeni und Valverde irgendwann übernehmen. Weil in all diesen dreien steckt Weltklasse-Potenzial. Und Real Madrid für die Zukunft machen alles richtig. Ich bin allgemein gespannt, zum Beispiel jemand wie Nunes, hätte ich mir auch gut bei Real vorstellen können. Ich bin allgemein gespannt, wie Real Madrid dieses Budget, was sie für Mbappé jetzt nicht ausgegeben haben, wo sie es jetzt investieren. Rüdiger ist ja schon da, jetzt hier Chormeni. Ich bin gespannt, welcher junge Stürmer kommen wird, was man vielleicht hier und da noch machen wird. Aber Real Madrid, auch ein Wahnsinns-Team. Und jetzt kommen wir zu dem Transfer, der gar nichts gekostet hat. Nämlich ein ablösefreier Wechsel. Das ist tatsächlich auch, habe ich vorhin eben noch gelesen, bevor ich das Video hier aufgenommen habe. Deswegen kommt es auch noch mit rein. Und zwar eine absolute italienische Legende. Ein Europameister. Einer der so viele, wirklich ein Spieler, den ich seine ganze Karriere verfolgt habe. Und zwar Giorgio Chialini, der 37-jährige Innenverteidiger. Ebenfalls 1,87 groß. Italo. Wechselt nach Los Angeles FC. Also er wechselt tatsächlich in die MLS. Er hat insgesamt, das ist auch eigentlich der Wahnsinn, wie viel Erfahrung Chialini mitbringt, 665 Spiele in Italien gemacht. Die meisten davon natürlich für Juve. Ihr wisst, ich bin Juve-Fan. 561 Spiele für Juve. Absolute Legende. Gefühlt in 80 Prozent der Spiele hat er ein Torband tragen müssen, weil er jedes Mal in irgendeinen Kopfballduell reingegangen ist und dann geblutet hat. Nochmal diese unglaublichen Weltklasseleistungen bei der EM gezeigt. Mit seinen legendären, wo er legendär nochmal Dings gehalten hat, wo dann zig Memes draus kamen. Super sympathischer Typ. Auch ein sehr intelligenter Typ, muss man sagen. Er hat ja auch studiert und Co. parallel zu seiner Fußballerkarriere. Also Chialini nochmal in die MLS. Kann da wirklich nochmal seine Karriere ausklinken lassen. Ist einfach schön, dass er dann nochmal weitermacht. Man muss einfach sagen, er ist natürlich sehr, sehr viel verletzt gewesen, auch die letzten zwei, drei Jahre. Umso schöner war nochmal dieses Highlight bei der EM, weil bei Juve ist halt immer extrem viel ausgefallen. Auch hier und da einen sehr wichtigen Moment in den letzten vier, fünf Jahren. Schon gerade dann die letzten zwei, drei hat man einfach gemerkt, für dieses Niveau, der Körper macht nicht mehr mit. Umso schöner war nochmal diese EM, dass man wirklich sagen kann, das ist nochmal so, das ist so eigentlich dieses letzte, ganz große Highlight seiner riesigen Karriere. Wechselt jetzt nach Los Angeles. Ich hoffe, der hat da einfach eine gute Zeit. Zockt da vielleicht nochmal ein, zwei Jahre. Und ja, klingt dann seine Karriere ganz entspannt in den USA aus. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall. Drei fixe Transfers. Chialini, Nunes und Chouamini. Ich bin allgemein gespannt, was noch so auf dem Transfermarkt passiert. Wann auch der ein oder andere ganz große neben Rüdiger ablösefreie Wechsel noch verkündet wird. Beispielsweise Pogba. Wo geht doch die EM-Marie hin? Wechselt Kostic von Frankfurt oder nicht? Da gibt es noch so viele Sachen, die es bestimmt noch in Zukunft zu besprechen gibt. Euer Losch meldet sich jetzt ab und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.